Ich glaube, wir haben auf dieser Welt die Wahl, wie wir traurige Geschichten erzählen wollen. Wir können sie schönreden. Nichts ist so verkorkst, als dass man es nicht mit einem Peter-Gabriel-Song in Ordnung bringen könnte. Die Variante gefällt mir genauso gut wie jedem anderen Mädchen. Doch es ist nicht die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Hey, such dir ein paar Freunde. Entschuldigung. Meine Schuld. Ich bin Augustus Waters. Ich bin seit etwa anderthalb Jahren in Remission. Vielleicht möchtest du mit der Gruppe ein paar deiner Ängste teilen. Meine Ängste? Vergessen zu werden. Wie ist dein Name? Hazel. Wie ist dein ganzer Name? Hazel Grace Lancaster. Wieso starrst du mich so an? Weil du hübsch bist. Also, was ist deine Geschichte? Ich bekam meine Diagnose, als ich 13 war. Nein, nein, nein. Deine echte Geschichte. Ich bin ziemlich gewöhnlich. Das sehe ich völlig anders. Gaz redet ständig von dir. Wir sind nur Freunde. Dir ist doch klar, dass deine Versuche, dich von mir fernzuhalten, meine Zuneigung in keinster Weise verringern. Gaz, ich bin eine Granate. Eines Tages werde ich hochgehen. Und ich werde alles in meinem Umfeld zerstören. Und ich will dir nicht wehtun. Man kann sich nicht aussuchen, ob man verletzt wird oder nicht. Man kann nur bestimmen, von wem man verletzt wird. Ich hab mich in dich verliebt, Hazel Grace. Und ich weiß, dass die Liebe nur ein Schrei im Nichts und das Vergessen unvermeidlich ist. Doch ich hab mich in dich verliebt. All deine Bemühungen, mich von dir fernzuhalten, werden scheitern. Wir sind eine echte Katastrophe. Bist du wütend? Total wütend. Du musst was kaputt machen. Du hast mir innerhalb meiner gezielten Tage eine Ewigkeit geschenkt. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dir für unsere kleine Unendlichkeit bin. Das Leben ist schön, Hazel Grace. Okay? Okay. Jaha! Und los! Dann zeig mal, was du kannst. Sie sind im Einsatz. Like it. Bye!